So, jetzt mal Tachelist Folge 4 mit Malte Seemann. Straßenbahnlieger oder weiter Auswärtsfahrten? Weitere Auswärtsfahrten. Breitling oder Rolex? Oh, Rolex. Wobeinski oder Seemann? Beide gut. Knipp oder Grünkohl? Grünkohl. Stark in der Luft oder stark am Boden? Stark am Boden. Lieber verkaufen oder vermieten? Verkaufen. Panzenberg oder Florian-Wähmann-Stadion? Panzenberg. Lieber 5x0 zu 1 oder 1x0 zu 5? Für euch wünsche ich mir ein 5x0, aber für uns als Team immer ein 5x0 zu 1. Elfmeterkiller oder geht so? Geht so. Hartgekocht oder wachsweich? Wachsweich. Stammplatz oder Backup? Stammplatz. Kneipe oder Lounge? Kneipe. Strandurlaub oder Wandern in den Bergen? Strandurlaub. Bremen-Liga ist so stark wie in Niedersachsen. Welche Liga? Schwierig zu sagen. Ich habe bisher nichts... Was soll ich jetzt sagen? Also auf jeden Fall ist die Oberliga, glaube ich, ein Tick stärker. Aquavit oder Jubi? Vodka. Fabrizio Muzzicato oder Kri Ribau? Ich mag Muzi sehr und ich finde Ki sehr gut. Okay, danke.